Estereo Comunal 94.1 Ich bin Raimundo Cruz Miguel. Ich bin Zapotheke aus der Sierra Norte. Ich arbeite als Lehrer an einer kommunalen Oberschule hier in Gelatao. Davon lebe ich. Aber immer wenn ich Zeit habe, widme ich mich dem Radio machen. Dieses Radio gibt es seit 2002 als Radio Estereo Comunal. Doch Basisradios entstanden seit Ende der 1980er Jahre. Ungefähr zehn Basisradios gibt es in der Region, erzählt Raimundo. Radio Estereo Comunal erreicht etwa 40 Gemeinden, insgesamt rund 20.000 Einwohner. Jeden Tag wird von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends gesendet. Alle arbeiten ehrenamtlich. Es wäre schön, wenn die Mitarbeiter des Radios bezahlt werden könnten. Denn eigentlich ist das notwendig. Wir haben viele Probleme deswegen, weil die Leute zwar gern zu uns kommen, aber dann wieder gehen, weil sie woanders ihr Geld zum Leben verdienen müssen. Wir versuchen, unserer eigenen Kultur in den Gemeinden wieder einen Wert zu geben. Wir versuchen, zweisprachig zu senden. Leider senden wir sehr wenig in Zapothekisch, das unsere Muttersprache ist. Und wie klingt das eigentlich? Zapothekisch? Raimundo kann zwar auch Zapothekisch, aber hier kommt eine Kostprobe von Ismael, dem Dirigenten der Banda in Gelatao. Na, alles verstanden? Guten Tag, mein Sohn. Komm herein. Hört sich zum Beispiel so an. Nochmal. Wem Sprachkurse zu langweilig sind, man kann auch singend Zapothekisch lernen. Zum Beispiel mit dem Song Bule Bule. Lektion 1. Ko heißt Nein. Los geht's. Oben drauf gibt's jetzt mit demselben Song noch Lektion 2. Zählen von 1 bis 8. Nochmal ein bisschen langsamer. 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 6 6 7 7 8 7 8 8 8 9 12 12 12 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 12 14 15 15 15 16 16 Untertitelung des ZDF für funk, 2017